Morgen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefield 1 ja mit einem Match und ich hoffe euch geht's allen gut, mir geht's gut und los geht's mit Battlefield 1. Ich hab mir nen Kumpel gerade noch gezockt, aber der ist gerade eben einfach mal offline gegangen, ist aber natürlich nicht schlimm. So, perfekt, es läuft sehr gut für uns momentan und außer dass jetzt ein Flugzeug hinter mir ist und mich die ganze Zeit beschießt, aber das ist ja relativ, wir sind gut gewaffnet. So, und wir steigen mal aus, sicher ist sicher. So, perfekt. Gehen wir hier unten rein. Und schauen mal. Oh, ich wollte gerade schießen. Ah, Mist. So, dann nehmen wir mal Versorger jetzt mal wieder. Oder nehmen wir Sturmsoldat, wir nehmen Sturmsoldat, genau. Ja, ich hoffe euch geht's allen gut, mir geht's gut und willkommen mal wieder bei Battlefield 1. Das macht echt extrem viel Spaß. Zahle. Ich hätte sein Knast hinkillen können. Wir gehen unten rein. Schau mal, wie gut wir sind. So. Na, Mike, alles klar? No. Du bist, ähm, rausgeflogen, oder? Ja, ich bin dir ja schon beigetreten. Hä? Ist du noch mal ein Trupp denn drin, oder was? Nein, ich hab nur einen Trupp noch. Deswegen, ich hab grad eine Aufnahme gestartet. So. Ja, ich dachte, du kommst nicht mehr. So. Okay. Dann musst du noch mal reinkommen jetzt wahrscheinlich. Bin dabei. Alter, ich schieße immer daneben, ne? Mist. Können mich ja jetzt alle wieder hören. Ja, aber nur sehr leise, ne? Ja, sie wissen, wie wir was lachen, wenn wir da eine Flucht gehen. Oh, ich renne mal mit dem Dings rum. Wasserbad Kipp. Oh, ich bin auf dem Weg. Oh, ich bin auf dem Weg zu B. Ja, aber mir lädt so. So. Alter, Alter. Woah, was? Ah, hab ich noch gekillt. Ha. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Wir sind noch irgendwo. Ich liege noch lange. Ich muss mir einfach einen Schliessern machen. Ich glaube es nicht rein, oder? Zu voll! Ah, fuck. Hm, komisch. Stich auch nicht. Naja, wird schon. So. Shiga hatte sich glaube ich auch letzte Nacht Battlefield 1 geladen. Okay. Dann würde man online kommen, wa? Ja, ne, da wäre sowas, der Mond 3 unterwegs, der wird heute bestimmt nicht mehr bekommen. Okay. Willkommen bei Battlefield 1. So. Hm. Boah, was? Scheiße. Ja, will ich beitreten. Okay. So, dann geh ich nochmal da hin. Na, mal schauen. So. Tsch, 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 tsch. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Schön raufgeratzen mal. Das sind znaczy imp cidade, das spricht sommer nicht leer. Tsch. Hm, hm. ich bin beschossen aber ich will trotzdem auf der Luftschub zücken nochmal zu das Luftschub möchte ich schon zerstören schon kaputt ja manchmal vielleicht schlimmes laden ja wurde erwartet jetzt bist du slot reserviert bei dir ne soldat soldat wird reserviert das war ja dass du dann bei mir reinkommen kannst also weil er jetzt bis zu einer raus geht oder so naja ich gehe zu A wenn ich es schaffe der trefft den alter gar nicht ich zieh genau auf ihn alter kein schaden wir haben einsatz ziel zähler verloren was nach der andere ist es noch mal ausatzziel emil erobert das ist tot das ist tot sie haben das schon gut fuck gut ich werde hier mal angebleitender von eben ein typischer spiel wird geladen hatte jetzt da drüben feindlicher sperr das ist das schon mal sehr gut aus wir haben einsatz ziel erobert ich bin schon wieder nicht bei dir mit ich habe jetzt fünfmal daneben geschaffen das geht ja gar nicht da komme ich nur noch mal ein bomber kommt nicht bei mir rein oder bist du denn im selben team oder bist du gar nicht aufgelistet also ich bin bei den deutschen auf jeden fall ja ich muss okay deswegen schon wieder ein flugzeug ich schaffe es nicht so kacke man wir gewinnen ich verliert wir gewinnen ich bin und Oh, was war denn das? Oh, hat er mich mit dem Motorrad umgefahren? Die Ratte. Das ist ja ne Ratte. Sieg! Gewonnen! Aber wieso haben sie dich denn rausgekickt? Normalerweise geht das doch gar nicht. Hm, keine Ahnung. Komisch. Naja. 5000 Punkte. Oh, ganz knapp. Ich hab einer aufgelevelt. Nein. Naja. 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 Runneres eine meiner lieblingswelten hier muss ich ehrlich sagen und natürlich hat ja also ich finde die beste welt ist natürlich mit dem schloss ja die ist richtig immer auf die tür macht falsche tür ich kann ja mein eigenes auch nicht reingehen ich habe meine handgranate du satte wir verlieren einsatz also ich muss mich mal an der mann war wirklich richtig aber überwiegend da ganz vergessen sie hat mir gefallen wir haben einsatz märkte wo das denn ach von hier vorne wenn man mich nicht tötet ist mir egal das ist ein bisschen peinlich gibt mir die größe mühe die 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 erobert ich gehe zu ihr das darf ich jetzt gar nicht sagen, du bist jetzt mein Feind doch, kannst du ruhm sagen, alles gut komm auch mal zu ihr, wobei ich schon lange nicht hingehe warte mal, ich versuch mal hinzukommen so richtig kennst du wieder in irgendeinem Haus wir haben das Einsatzziel Albert verloren in der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar das Ding, du bist bei E bin ich doch wo bist du denn? ich nehme E gerade ein ne, kann gar nicht sein, ich nehme mir gerade E ein wo bist du, ich bin jetzt hier in der Ecke ich stehe auch in der Ecke so, eh eingenommen ja, ich auch bin befördert worden ja, du stehst doch genau vor mir wieso bist du nicht in meinem Trupp drin das Einsatzziel Friedrich verloren keine Ahnung hier ja, 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 ja hast du mir erkannt, ja, gut ja ja alles klar also kämpfen wir doch nicht nebeneinander äh, gegeneinander eingeladen na, ist ja gar keine Chance gehabt, nein ho, 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 ho wo, ho, ho ma wo, ho, 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 ho wo, ho, ho h, ho, ho, ho boah mantener 뭐 murder wir sind bei dir im Trupp drene machen wir so wir haben einsatzziel NIE Mein er ist voll, glaube ich, ne? 5 Leute. Ah, da bist du drin. Ja. Mein er ist voll, ne? Mh. Mh. Fuck. Wir verlieren Einsatzziel Friedrich. Warte mal, ich spawne mal. Bist du in einem Trupp drinnen oder nicht? Joa, drinnen bin ich auch in einem. Boah. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Da. Wieso ist der Trupp geschlossen? Ja. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel David. Ich bin jetzt auf deutscher Seite. Nee. Das gibt es doch nicht, Alter. Von hinten schon wieder. Schwur. Ich habe das Team gewechselt. Jetzt kannst du ja auch mal fix wechseln. Oder warte mal. Warte, 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 warte. Nee, lass, lass. Ich bin jetzt gerade da. Ich wechsle jetzt nochmal. Dann gucke ich mal, wo du bist. Mike. Mike. Da. Ich kann in deinen Trupp nicht reingehen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Jetzt aber. Ja. Gott. Da bist du. Das geht's. E. Ah, da bin ich. Wir haben Einsatzziel David erobert. Ich glaub mal, hier ist keiner. Ah. Aber ich weiß, wo einer ist. Der hinter mir. Nee, jetzt halt, warum nicht. Ach, komm, Alter. Das dauert so lange, bis er da was macht. Alter, der springt sich selber in die Luft. Jetzt ist mal dumm, Alter. Aber hat dich gekillt, ne? Oder wird? Ja, hat mich mitgenommen, ja klar. Warte hin. Ja, und ich bin befeuert worden, ne? Mhm. Boah, der Stacheldraht, Alter. Da laufe ich immer wieder rein. Das auch. Du bist gut, ja. Ich werfe eine Granate. Vorsicht jetzt! Hier, Mann, Erste Hilfe. Erste Hilfe, ne? Erste Hilfe, ne? Nimm schon! Danke. Ah. Nur, weil du mich abgelenkt hast. Ich, ja. So. Deine Waffe ist aber noch da, die steckt da an der Tür drin. Siehst du das? Mh, nein. Bei mir ist nichts. Ne, jetzt ist sie weg. Pass auf! Pass auf! Da kommt einer. Das war ein Fehler. Wir verlieren. Einsatzziel, Emi. Hier, Erste Hilfe. Pass auf! Wir kommen ganz viele. Ja, ich weiß. Ich hab Granate geworfen. Jawoll! Hat mir mitgenommen mit der Granate. Was auch ohne Ecke, ne? Ganz, ganz viele. Hast du die geworfen? Ne. Ich kann dir nicht helfen, Alter. Das geht nicht. Alles gut, alles gut. Na. Ja, der hat das Kit genommen, weißt du? Das dauert so lange, bis ich ihn tötet. Hm. Ich geh zur... Achso, du bist dann. Wupp. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Geht's nach rechts. Ein Wachposten, feindlich. Ich komm. Ich krieg dich wieder hin. Rötter! Hör auf! Höpfe runter! Hey, ich kann gleich nicht mehr anvisieren. Geht nicht mehr. Ich kann noch nicht mehr schießen. Du schießt doch. Wie soll ich schießen? Geht nicht. Ne, dann respawn neu. Hallo, René. Wenn du mich wiederbelebst, ne? Ey, ne. Ja, warte mal. Vielleicht muss ich das gar nicht mehr machen. Ich versuche mir irgendwie umzugehen hier. Geht das? Oh! 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 Geht weg, 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 weg. Alter, weiß ich was da kommt. Das ist der Wahnsinn. Was? Ja. Nein. Fuck im Haus drinne, Alter. Und lasagne, ey. Pizza und lasagne. Was ist das auch schon gemacht? Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wir haben Einsatzziel Berta erobert. Ich glaube da sind Weiche. Alter. Wie viele kommen denn da bitte? Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Ziel verloren. Wir haben Einsatzziel Berta verloren. Wir haben Einsatzziel Berta verloren. Wir haben jetzt die Schlüssel ges Synde gefunden. Wir haben das immer wieder rausk ringing. Wir sind nicht genutzt. Wir haben die Schlüssel. Wir haben ja noch was. Perfekt. Im Haus, im Haus. Im Haus. So. 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 ja Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Haha, schon wieder gekillte Typen. Das war auf dem Haus drinnen, hinten, hinter uns. Ich bin gerade draußen. Ich stehe in dem einen Gang hier. Oh, fuck. Die kommen mit dem Panzer rein. Wir haben keine Chance gegen den Panzer. Der rollige Zug ist am anrollen. Boah, was? Ja komm, ich warte heute mal auf dem Sanitäter. Ja, geht da auch. Pass auf, da kommt einer von hinten oder von der Seite oder irgendein Scheiß hier. Ist dieser Dreckspanzer da immer noch? Ja. Waffen dagegen? Ja. Ja, dann komm her. Hier lang. Dreh hier um. Hier unten, unten lang, unten lang. Hier müsstest du freie Schussfeld haben. Oh, da snipe von da hinten wieder eine, Alter. Das gibt es doch nicht. Naja. Das schon mal. Wenn er genau neben dir steht und er will, und er erschießt sich dann. Das ist schlimm. Ja. Ich will aber nicht überstehen. Ja. Ich will aber nicht überstehen. Alter, verweilter Panzerzug. Ich hab's geschafft. und ich will keine Ausbildung aufesteem. Ich will niemals drauf mit. Ich will mit. Alright. Sicher! Wir vereinen Einsatzziel Albert. Ja, sie verulturell, so bis wieder abge vibrantes 보세요. Oh, was? Oh, ich glaube, ich mache heute mal eine ultralange Folge. Hammer. Okay, reicht. Zurück hier noch eine Raum, nach so einem Sieg. Ja. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Extra lang heute und vergesst natürlich nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao.